Musik Grüß Gott und willkommen liebe Zuschauer zu unserem Magazin Weitblick. Nur noch rund 2% beträgt der Anteil der Christen in Israel und Palästina. In jener Region, wo das Christentum seinen Ursprung hat. Wegen des seit Jahrzehnten ungelösten Konflikts zwischen Israel und Palästina ist das Leben dort nicht immer einfach. Zuweilen erfahren Christen auch Diskriminierung, Ablehnung, ja sogar Feindseligkeit. Einer dieser Christen ist Pater Nikodemus Schnabel. Er ist Benediktinermönch in der Domitioabtei in Jerusalem und heute bei mir zu Gast. Herzlich willkommen in unserer Sendung Pater Nikodemus. Ja, danke schön, dass ich kommen darf. Die Domitioabtei trägt ihren Namen, weil die Abtei im Zusammenhang steht mit der Gottesmutter Maria. Domitio heißt so etwas wie entschlafen. Entschlafen Mariens. Das hat mit dem Sterben Mariens zu tun. Können Sie das kurz erläutern? Ja, der Begriff ist vielleicht etwas irritierend, weil Domitio Entschlafung, denkt man, ein Begriff, den man im Deutschen so nicht kennt. Es geht tatsächlich um, dass wir der Sterbeort Mariens sind. Nur es gab mal eine Diskussion innerhalb der Theologie, die ist auch schon so 100 Jahre etwas her, wo man gesagt hat, man vermeidet den Begriff Tod für Maria. Weil Tod ist quasi der Begriff für Menschen, die Sünder waren. Weil Maria ohne Sünde war, muss man ihr biologisches Ableben anders bezeichnen. Deswegen entschlafen. Aber natürlich ist es klar, es gab bei Maria ein klares Ende ihres Lebens. Und die Aufnahme Mariens im Himmel mit Leib und Seele, die wir am 15. August feiern, die auch unser großes Patrozinium ist, unser großes Fest, besagt ja, dass sie mit Leib und Seele aufgenommen wurde. Aber eben als jemand, der vorher auch gestorben ist. Also geht es nicht darum, dass sie irgendwo entschwebt ist. Aber eben dieser Begriff Entschlafung kommt aus dieser Zeit, dieser theologischen Diskussion, wo man vermieden hat, vom Tod Mariens zu sprechen. Sie haben schon angedeutet, Ihr Kloster liegt ungefähr an dem Ort, wo das damals passiert ist, nämlich auf dem Zionshügel. Dieser Zionshügel hat schon für das Judentum eine große Bedeutung, nämlich welche? Ja, der Begriff Zionsberg ist eine ganz spannende Sache. Also der Zion an sich bezeichnet eigentlich, was wir heute Davidstadt nennen. Dann ist dieser Begriff gewandert auf den Tempelberg, also wo heute der Felsendom steht, der Al-Aqsa-Moschee. Und eben die Juden an der Stützmauer, die Westmauer, eben auch stark beten. Und wir sind eigentlich der dritte Zion von dem Begriff der Wanderung auf den Südwesthügel Jerusalems. Der christliche Zion. Und den Begriff haben eigentlich die Kreuzfahrer da eingeführt, weil sie archäologisch und historisch durchaus eine richtige Nase hatten. Gesagt haben, hier war eigentlich so das Armenviertel der Juden. Wir waren lange immer innerhalb der Mauern, jetzt sind wir außerhalb. Und zur Zeit Jesu war das das Armenviertel. Und man weiß, die ersten Christen kamen nicht aus der High Society, sondern eher die einfachen Leute. Und deswegen wurde da das letzte Abendmahl verortet. Gab es eine lange Tradition, das in unmittelbarer Nachbarschaft, auch zu unserem Kloster. Und dann haben die Kreuzfahrer gesagt, wenn hier der Abendmahl in Pfingsten war, dann muss hier auch David liegen. Und da kommt dann die Tradition, dass die Juden dann das Davidsgrab, dann auch die Muslime. Und tatsächlich ist das heute ja ein Ort, den manche sehr positiv darstellen, dass Juden, Christen, Muslime gleichzeitig doch das Davidsgrab verehren würden. Muss er sagen, momentan ist es eher nur eine kleine Gruppe innerhalb des Judentums, die das Davidsgrab verehrt. Und das als Problem sieht, wenn wir Christen auch im Abendmahlssaal Gottesdienst feiern wollen, beten wollen. Auch beim letzten Papstbesuch vom Papst Franziskus gab es ja leider Unruhen bis hin zu einem Brandanschlag auf unsere Kirche. Das heißt, der Zion ist auch einfach ein Hotspot. Zugleich ist es so etwas wie ein Niemandsland. Sie haben ein Buch geschrieben, es trägt den Titel Zuhause im Niemandsland und spielt darauf an, dass hier Kloster genau auf der Grenze liegt zwischen Israel und Palästina. Und zugleich ist es aber Niemandsland. Was bedeutet das? Genau, also wenn wir von der berühmten Zwei-Staaten-Lösung sprechen, die wir immer wieder hören und der eigentlich auch die meisten Staaten festhalten und dafür eintreten, geht es um die Grenzziehung nach dem 48er-Krieg oder sprich die berühmte 67er-Grenze. Und diese Grenze, eben auch grüne Linie genannt, weil sie mit grünem Stift eingezeichnet wurde in die Karten, ist nicht eine Linie, wo man sagen kann, ah, jetzt bin ich in Israel und jetzt gehe ich in einen künftigen Staat Palästina, sondern es gibt quasi ungeklärtes Niemandsland-Pufferzone, wo einfach der Frontverlauf so war, dass man gesagt hat, gut, die Jordanier sind bis hierhin gekommen, die Israelis bis hier und dazwischen war Kriegsschauplatz. Und dort liegen wir. Das heißt, völkerrechtlich sind wir weder noch, sondern eingeschlossen von der grünen Linie. Und wie gesagt, das ist das eine, tatsächlich dieser, sag ich mal, dieser völkerrechtliche Aspekt, der dazu auch führt, dass zu uns sowohl Politiker kommen dürfen, die Israel besuchen, wie Politiker die Palästina besuchen, weil es wird immer sehr genau geguckt, dass man das nicht vermischt. In Niemandsland dürfen beide offiziell. Aber für mich ist es ja viel, viel mehr. Ja, deswegen auch der Buchtitel. Es ist auch eine Art spiritueller Auftrag. Mein Platz ist zwischen allen Stühlen. Eben, weil das Leben wird zu einfach, wenn man einmal gesagt hat, das sind die Guten, das sind die Bösen. Das Leben ist viel zu kompliziert. Und das ist auch meine Herausforderung, jeden Tag neu diesen Platz im Niemandsland zu finden. Äußerst kompliziert ist auch dieser Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Ein Konflikt, der seit Jahrzehnten ungelöst ist, der immer wieder blutig ausgetragen wird. Inwieweit bekommen Sie etwas mit von diesen bewaffneten Auseinandersetzungen? Also ich bekomme sehr, sehr viel mit davon. Das liegt auch an einer meiner Aufgaben. Ich bin Auslandsseelsorger. Also sprich, wer Deutsch spricht und katholisch ist, gehört zu meiner Pfarrei. Also meine Pfarrei umfasst ganz Israel, ganz Palästina. Und wir hatten vor über einem Jahr den Gaza-Krieg. Und tatsächlich war ich da seelsorgerlich auch an der Front. Also ich war sehr häufig in Tel Aviv bei meinem Gemeindeteil dort. Ich bin noch mitten in die Luftschutzbunker geflüchtet vor den Raketen der Hamas. Und ich war unmittelbar kurz nach dem Krieg in Gaza selbst drin. Und habe da auch gesprochen mit den Christen in Gaza. Dass wir viele ja neu, viele denken, Gaza wäre rein muslimisch. Aber es gibt drei Pfarreien in Gaza. Eben einen griechscher Doxa, eine römisch-katholische, eine baptistische. Und auch wenn ich einen Kindergottesdienst feiere, was ich einmal im Monat mache, am Samstag in der Krypta, können ein paar meiner Kinder besser arabisch als deutsch und ein paar besser hebräisch als deutsch. Und das heißt, das war auch eine große Motivation, dieses Buch zu schreiben, weil ich einfach beide Seiten viel zu gut kenne. Ich kann mir gar nicht erlauben, diese einfachen Antworten zu sagen, ja, hier, das ist Propaganda, das ist Wahrheit. Oder umgekehrt, das ist Propaganda, das ist Wahrheit. Sondern ich kenne einfach viel zu viele Geschichten. Ich kenne die Geschichten der Juden, ich kenne die Geschichte der Muslime. Ich kenne auch diese Verwundungen, die Leidensgeschichte, die beide haben. Und für mich als Seelsorger ist eigentlich immer die Herausforderung, nicht die eigenen Wunden zu pflegen und zu hegen, was beide Seiten leider sehr, sehr gut können, sondern auch schauen, es gibt da auch noch Wunden des anderen. Oder vielleicht mein Verhalten schlägt Wunden bei anderen. Und das ist durchaus eine ganz, ganz spannende Aufgabe, da quasi Sensibilitäten zu wecken und da auch mitzuhelfen, dass vielleicht Wunden auch heilen können. Zugleich sind Sie nun aber auch Benediktiner. Und die Grundberufung eines Benediktiners ist es, Gott zu suchen. Geht das in so einer unruhigen Zone oder vielleicht gerade in so einer unruhigen Zone? Genau, also für mich geht es fast nur da. Auch das schreibe ich im Buch ja sehr ehrlich. Also im Buch geht es ja um zwei Aspekte. Einerseits um meinen Blick auf Jerusalem, aber natürlich auch meinen Blick auf mein Leben, warum ich überhaupt an Gott glaube, warum ich Mönch bin. Und ich sage ja auch, dass ich aus einer Künstlerfamilie komme und eben ich auch früh auf der Bühne gestanden habe und das einfach kenne mit dem Stand- und Spielbein. Also wenn man steht, dass man auf einem Bein halt steht, mit einem agieren kann. Und für mich ist Jerusalem genau das, was Sie angedeutet haben, die Chance oder der Platz, um wirklich Gott zu suchen. Weil mein Kloster ist wirklich so mein Standbein. Jeden Tag in einem festgelegten Rhythmus gemeinsam mit den Brüdern sich vor Gott stellen, Gott zu suchen und dann eben meine Aufgaben, gerade die eben als Wissenschaftler und als Seelsorger eben sehr stark rauszugehen, ist eben auch meine Art von Fruchtbarkeit. Und ich muss sagen, an diesem intensiven Ort, der wirklich einerseits voller Chaos ist, voller Unberechenbarkeit durch den Konflikt und andererseits aber auch voller Schönheit, Ruhe und Innigkeit durch das Land der Bibel auch. Ist ja auch ein durchaus auch sehr, sage ich mal, religiös aufgeladener Gnadenort. Diese Spannung, die ist eigentlich optimal. Jerusalem ist eine Stadt, die für drei Weltreligionen eine große Bedeutung hat, für das Judentum, für das Christentum, für den Islam. Sie haben das schon angedeutet, eine sehr religiös aufgeladene Stadt. Stärker religiös geprägt als andere Städte in Jerusalem, in Palästina? Ja, also Jerusalem ist natürlich eine, wie soll man sagen, eine intensivste Stadt, die natürlich, oder ich will mal so sagen, ich glaube, es gibt durchaus auch eine Gefahr. Es gibt die Gefahr, dass man Jerusalem wie so eine Art religiöses Freilichtmuseum sieht, wo man halt sehr stark auf die Steine achtet, also eben auf die Gebäude, auf die Archäologie, auf das, was war. Für mich hat aber Jerusalem von Anfang an, ich habe ja auch dort studieren dürfen, bevor ich Mönch wurde, die Faszination der lebendigen Steine gehabt, also sprich die Einwohner dieser Stadt, die Pilger, die Gläubigen. Und ich schildere das ja auch, ich empfehle immer so 5 Uhr morgens Jerusalem, wenn man wirklich sieht, diese vom Leben gezeichneten alten Juden, die an der Westmauer schon um diese Zeit beten, die ähnlich vom Leben gezeichneten Muslime, die auf den Tempelberg gehen, um dort das erste Gebet zu verrichten. Und eben die Grabes- und Auferstehungskirche macht genau dann ihre Pforten auf, wenn da auch eben die ersten frommen Christen zu den ersten Gottesdiensten kommen. Also Jerusalem hat für mich bei allem, was eben auch Konflikt und Verwundet ist, und das zeigen eher die echten Steine, die zeigen natürlich auch bis hin, unsere Kirche hat heute noch einen Schusslöcher von den Kriegen, aber die lebendigen Steine, die zeigen auch so eine sehr stille Schönheit von Jerusalem. Nun sind aber die Christen nur noch eine sehr kleine Minderheit, in Jerusalem wahrscheinlich, in Israel, in Palästina. Wie viele Christen überhaupt gibt es noch? Genau, zwei Prozent, das ist die Zahl, die man immer sagt, wobei manche sagen, das ist schon wohlwollend geschätzt, eher vielleicht sogar 1,8 Prozent. Ja, warum die Christen so wenige sind, liegt an mehreren Faktoren. Ein Faktor ist tatsächlich, dass sie erst mal am wenigsten Kinder bekommen. Also wenn man schaut, die Muslime bekommen am meisten Kinder, dann die Juden, dann die Christen am wenigsten. Was eben daran liegt, dass die Christen im Gespräch mir immer sagen, wir möchten alles in die Bildung geben, Bildung und Erziehung. Und sie sagen natürlich, wir haben nicht das Geld, jetzt irgendwie vier, fünf Kindern, eine optimale Erziehung zu gewährleisten, aber drei, das können wir. Der andere Faktor ist die Christen, weil sie so gut ausgebildet sind. Jetzt kommt sozusagen auch eine Konsequenz, haben sie auch die größten Chancen zu gehen. Das heißt, viele Christen sind ja tatsächlich Rechtsanwälte, Ärzte, Zahnärzte, haben wirklich Spitzenpositionen, weil sie wirklich sehr viel auf Bildung Wert legen. Und natürlich, ich kenne wirklich mehrere Fälle, in Deutschland gibt es Ärztemangel. Viele haben in Deutschland studiert, können perfekt Deutsch, haben dort ihren Facharzt gemacht. Die sagen natürlich schon, wenn ich die Wahl habe, in Deutschland rollen mir die Kliniken den roten Teppich aus. Hier im Land bin ich immer Bürger zweiter Klasse, Unsicherheit, Besatzung. Dann nutze ich die Chance zu gehen. Bei vielen ist genau der Punkt, was ich oft erlebt habe, wenn die Kinder kommen. Dann überlegen sich es viel nochmal, möchte ich, dass mein Kind hier groß wird oder lieber in Europa. Also gerade in München kenne ich sehr viele. Auch in Wien sind zwei Städte, wo wirklich sehr, sehr viele Christen aus Betjala, Betzahur, Bethlehem wohnen. Ich würde sagen, fast sogar mehr vielleicht als noch aktuell an den Orten wohnen. Es gibt natürlich ein Phänomen, was man auch nicht verschweigen darf. Oft hört man ja, die Christen werden immer mehr am Land. Das stimmt. Nur muss man sagen, das ist eine Form, die noch eine eigene Problematik mit sich bringt. Weil hier reden wir wirklich von Menschen, die komplett am Rand der Gesellschaft stehen. Nämlich einerseits von Gastarbeitern aus den Philippinen und aus Indien. Eben der Regel Katholikinnen, also Frauen, die Alte betreuen oder Kinder betreuen. Und natürlich auch einige Flüchtlinge aus Eritrea, aus Äthiopien, aus Somalia, wobei die sehr schlecht behandelt werden, werden als Infiltranten bezeichnet. Aber gerade diese Gastarbeiterinnen leben natürlich unter prekärsten Verhältnissen, erleben oft auch häuslich und sexuelle Gewalt. Und das ist eben, wenn wir von den hebräisch sprechenden Christen auch sprechen. Viele denken, da geht es um konvertierte Juden. Also die konvertierten Juden, die kann man glaube ich an zwei Händen abzählen, sondern es geht tatsächlich darum, dass Menschen in einer israelischen Gesellschaft arbeiten, Kinder bekommen. Wie gesagt, das auch nicht immer freiwillig. Also da gibt es auch viele persönliche Schicksale, wo ich auch immer mal wieder mit konfrontiert werde. Und ihre Kinder dann groß werden mit Hebräisch als Muttersprache. Und tatsächlich, das ist natürlich eine Zahl, die wächst gerade. Aber natürlich, diese Christen werden alles andere als gut behandelt und die Großzahl von ihnen lebt in der Illegalität und zittert eigentlich jeden Tag abgeschoben zu werden. Die einheimischen Christen sind überwiegend arabisch sprechende Palästinenser, die aber in gewissem Sinne oder in manchen Bereichen auch eher diskriminiert werden. Man begegnet ihnen mit einem gewissen Misstrauen wegen dieses Israel-Palästina-Konflikts. Wie geht es diesen Christen? Genau, diese Christen fühlen sich oft zwischen allen Stühlen, so zwischen Sküller und Charub. Wenn ich mit vielen spreche, sagen sie, wo ist unser Platz? Für die jüdischen Israelis sind wir einfach Araber, Palästinenser. Sie machen keinen Unterschied, ob Muslim oder Christ. Und natürlich, es gab ja immer wieder vermehrt Gewalt auch von diesen nationalreligiösen jüdischen Extremisten gegen christliche Einrichtungen. Also ich werde ja sehr häufig bespuckt, werde angeflucht. Oft sagen diese Leute, go home to Italy, also geh zurück nach Italien. Vor allem in ihrem Weltbild sind alle Mönche irgendwie Italiener. Und wir haben eben, wie gesagt, zerstörte Autos schon gehabt. Eben einen Brandanschlag in Jerusalem nach dem Papstbesuch. Und jetzt eben dieser sehr, sehr dramatische Anschlag in Tabgha auf unserer Priorat am See Genezareth mit 1,6 Millionen Euro Schaden, zwei Menschen im Krankenhaus. Das war eine sehr neue Dimension von wirklich einer Hassspirale, wo wir uns auch Sorgen machen, wohin führt das noch? Und die Christen nehmen das natürlich wahr. Sie merken, wir werden gehasst, weil wir Christen sind. Und dann natürlich aber auch, ich sag mal, ihre Gesellschaft, die palästinensische, ist ja zu mehrheitlich auch muslimisch, wo die Christen sagen, was denken die Muslime wirklich über uns? Können wir wirklich hinter ihre Stirn schauen? Sind diese Muslime genauso schockiert wie wir, was in Syrien und Irak abgehen? Haben die genauso Albträume von diesen Bildern, die sie sehen? Oder sind die nicht innerlich sogar sympathisierend und sagen, naja, hoffentlich kommen die bald auch hier rüber? Und diese Sache, also dieser Misstrauen, wer mag uns eigentlich noch? Natürlich gibt es immer auch Christen, die dann versuchen, den Schulterschluss. Es gibt manche Christen, kleine Minderheit, die freiwillig zur israelischen Armee geht, die dann eben sagen, Israel ist der einzige Staat, der uns noch vom islamischen Staat wehren kann. Oder es gibt auch Christen, die wieder Hamas sympathisieren, weil die sagen, der Hamas, der bewaffnete Widerstand, ist der einzige, der die Besatzung bekämpft. Aber das sind medial sehr, sag ich mal, über die Lupe aufgebauschte Minderheiten. Die Mehrzahl der Christen, die ich kenne, gehen eigentlich in so eine Art freiwilliges Ghetto, haben natürlich ein sehr lebendiges Leben, Fahrleben und auch wirklich Jugendarbeit läuft wunderbar. Aber dieses lebendige Leben ist erkauft durch eine große Skepsis gegen die beiden Mehrheitsgesellschaften. Können Sie noch mal kurz erläutern, wer hinter diesem schweren Brandanschlag gesteckt hat im Kloster Tapka? Tapka ist ein, wie sagt man, wie nennen Sie es? Ein Priorat, also quasi unser Nachbar, also nicht Nachbar, sondern unser Nebenkloster. Also viele, zum Beispiel St. Bonifaz München und Andechs gehören auch zusammen. Sehr viele Stadtklöster, wie wir auch in Jerusalem haben, oft noch ein Landkloster aus rein wirtschaftlichen, ökonomischen Gründen und sozusagen hat die Abtei auf dem Zion, Diomitio, hat noch ein Kloster am See Genezareth Tapka. Was wahrscheinlich sogar noch viel bekannter ist als unser Abtei durch das wunderbare, schöne Mosaik mit den zwei Fischen und dem Brotkorb, was unter dem Altar ist. Also oft ist es so, meine Erfahrung, Pilger erinnern sich besser an Tapka als an den Zion, weil eben dieses Mosaik, was ja auf vielen Bibelausgaben auch draußen ist, drauf ist. Und natürlich, es gibt ja auch noch Freiluftaltäre, Dalmanuta, direkt am See Genezareth. Und viele sagen mir auch, eine der schönsten Erfahrungen eigentlich ihrer Pilgerfahrt war dieser Gottesdienst direkt am Seeufer. Also ich denke, Tapka ist gar bekannter als unser Hauptkloster. Und die Kirche, das ist die Brotvermehrungskirche. Die Brotvermehrungskirche, genau, eben das Wunder der Speisen der 5000 wird dort verortet. Wer waren denn die Täter, die diesen Anstieg verübt haben? Genau, also wir reden hier von eben nationalreligiösen jüdischen Extremisten, man könnte auch sagen jüdische Rechtsradikale. Ja, Menschen, die wirklich mit Hass zersetzt und zerfressen sind gegenüber dem Christentum, aber auch gegenüber dem Islam, gegenüber allem, was nicht in ihr enges Weltbild passt. Also man kann sagen, eigentlich so ein Slogan wie Israel den Juden, nicht Juden raus, ist sozusagen ihre Ideologie. Natürlich, wir reden hier von einer kleinen Minderheit, also wir reden jetzt hier nicht von einer großen Bewegung. Aber wie das oft so ist, wenn Minderheiten radikal genug sind, können sie natürlich viel zerstörerisch wirken und können auch eine Gesellschaft durchaus krank machen. Und ja, und diese Leute haben tatsächlich, und das war auch das, was viele Juden getroffen hat, es gibt ja sogar auch eine Reaktion, dass eine Gruppe von Rabbinern für uns jetzt sogar Spenden sammelt, für den Wiederaufbau des Klosters, weil bis jetzt stehen wir ja mit dem Schaden alleine da. Das ist ja noch eine andere große Problematik, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme. Eben, dass viele Rabbiner sagen, diese Leute haben den Brandanschlag durch ein Gebet rechtfertigt. Wir hatten ja einen Graffiti, wo dann wirklich drauf stand, ja, die Götzen, die falschen Götzen müssen zertrümmert werden. Aus dem Aleino-Gebet, das so häufig gebetet wird von den Juden, dreimal am Tag, ähnlich wie bei uns das Vaterunser einen großen Stellenwert hat. Und eigentlich sozusagen, wir wurden quasi identifiziert von diesen Menschen als Götzendiener. Wir sind die quasi mit dem Christentum, mit der Kirche, das sind quasi die falschen Götzen. Und da haben viele Rabbiner gesagt, jetzt hört es wirklich auf. Also wenn quasi Gebetstexte als Legitimation dienen, um Kirchen anzustecken, um Klöster anzustecken, dann hört es wirklich auf. Und ich hoffe jetzt, dass tatsächlich gesellschaftlich und auch hoffentlich politisch eine Diskussion anfängt über die Frage von religiösem Extremismus. Weil man natürlich hat immer gerne geschaut, natürlich auf Syrien und Irak. Ich meine, was die natürlich tun, der islamische Staat, ist natürlich jenseits aller Vorstellungskraft. Ich meine, das ist perverseste Form von Gewaltausbrüchen gegen Mensch, aber auch gegen Kultur. Also ich glaube, das geht auch nicht in meinem Verstand, wie man das tun kann. Und natürlich hatte Israel immer, sage ich mal, den Vorteil, konnte immer sagen, ja, schaut mal da, was da Schlimmes ist. Aber ich glaube natürlich, es ist immer einfach, auf die anderen zu schauen. Und ich hoffe, dass es jetzt aber auch eine Diskussion gibt. Auch wir haben Probleme. Die sind vielleicht nicht so groß, weil wir jetzt nicht andauernd Menschen enthaupten. Aber es gab ja auch Tote jetzt am Nachgang. Und wie gesagt, also wir hatten zwei Menschen im Krankenhaus, einen Mönch und eben auch eine junge Freiwillige. Und das ist schon eine Sache, wo ich hoffe, dass da eine Diskussion anfängt, um was geht es, um Glaube wirklich, um Religion wirklich. Und ich habe das ja angedeutet, und Sie haben es vorhin auch genannt, die Gottsuche. Das eigentlich nochmal klarer machen, Religion muss zu Gott führen, diese Gottesbeziehung. Und Religion darf nicht so eine Art Schema abgeben, so schwarz-weiß. Das sind die, mit denen darf ich umgehen, und das sind die Bösen, die muss ich vernichten. Also quasi ein Identitätsanker, wo ich die Welt ganz klar in Schubladen einteile. Sondern es geht auch immer um dieses Ringen, um dieses Suchen. Was will Gott von mir? Ja, Gott, ja, diese Beziehung, das ist ja wirklich ein Geschehen. Und ich hoffe, dass da auch wirklich einiges in Gang kommt. Also offensichtlich kann die Suche nach Gott, denn ja auch jüdische Gewalttäter, muslimische Gewalttäter glauben ja, dass sie im Namen Gottes handeln. Die Suche nach Gott kann in die Irre gehen. Ja, ich sage mal so, weil sie, glaube ich, Gott zu sehr schon gefunden haben. Also Benedikt tatsächlich schreibt ja in seiner Regel, also mein Ordensvater aus dem 6. Jahrhundert, schreibt, wenn jemand Mönch werden will. Ist ja ganz interessant, er könnte ja sagen, ist der fromm, betet er viel, ist er gesund, ist er psychisch gesund? Nein, das Hauptkriterium sucht dieser Mann, der da anklopft an die Klosterpforte, wahrhaft Gott. Das ist das Hauptkriterium. Sucht er Gott? Und ich glaube eben, darum geht es. In dieses Zweifeln, Ringen, Suchen. Gerade das Psalmengebet, was wir ja den ganzen Tag über beten, bringt das ja. Da wird gejubelt, da wird gezweifelt, da wird geflucht, da wird getrauert. Da kommt ja diese wirklich, wie eine Beziehung, wie in einer echten Beziehung, auch in einer Ehe. Das hat ja Höhen und Tiefen, da geht es ja auch immer, sich wieder neu suchen und finden lassen und finden. Und ich glaube, diese Fundamentalisten und Extremisten haben das Problem, sie haben Gott ganz genau gefunden. Die wissen ganz genau, was Gott von ihnen will und die haben nicht einen Hauch von Zweifel. Die wissen, wenn ich jetzt hier den enthaupte oder hier das Kloster anstecke, das will Gott von mir. Und die fragen sich auch nicht in Sekunde, ob das Gott wirklich will. Das heißt, sie haben Gott schon genau gefunden und das macht mir ja Angst, wenn Leute sehr, 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 sehr sicher sind, was ihren Glauben betrifft. Ich glaube, zu einem gesunden Glauben gehört das dazu, dieses Ringen, dieses eben auch Gott immer neu suchen, auch eben sich auch wahrnehmen ja als Verwunderter, als Zweifelnder. Und ich glaube, das ist ja auch, was Gott eigentlich möchte, dass er uns heilen darf, dass er unsere Wunden verbinden darf. Und wenn ich eben genau weiß, was Gott will, dann brauche ich eigentlich Gott nicht. Letztendlich ist das eigentlich eine andere Form von Atheismus, weil die Leute sagen, Gott, lass mich mal, ich weiß schon, was du willst. Und ich glaube, zum Glauben gehört ja eigentlich immer Fragen im Gebet. Gott, was ist dein Ruf an mich? Was, wo willst du mich haben? Und wenn ich genau weiß, ich meine, dann ist eigentlich, dann ist kein Unterschied, ob es Gott gibt oder nicht, weil letztendlich Gott darf keine Rolle spielen. Ich weiß ganz genau, was er will. Wir sind leider schon am Ende unserer Sendung angelangt. Pater Nikodemus, als letzte Frage, wie kann man diesen Fanatismus aufbrechen? Haben Christen da vielleicht auch eine besondere Berufung? Ja, das ist immer eine gute Frage. Natürlich sind die Christen immer diese arme 2% Minderheit. Ich meine, die sind natürlich auch mit sich beschäftigt, aber vielleicht ist es das auch. Vielleicht tut es auch den Christen gut, die natürlich auch sehr stark immer wieder auf ihre Wunden schauen, auf ihre Probleme, die sie ja haben. Vielleicht ist es auch eine Chance zu sagen, gut, vielleicht ist das unsere Berufung allzu Sauerteig. Da braucht es ja auch nicht viel, da eben im Kleinen vielleicht zu zeigen, nein, wir machen nicht mit bei diesem Schwarz-Weiß-Spiel, bei diesem Gute-Böse-Schema, sondern versuchen immer wieder neu Brücken zu bauen. Und auf jeden Fall, ich für mich persönlich versuche das, eben zu Hause Niemandsland zu sein und jedem Menschen offen und Liebe zu begegnen, mit offenem Herzen, offenen Händen, egal ob er Jude ist, egal ob er Christ ist, egal ob er Muslim ist, ob er Atheist ist, ob er säkular ist, gläubig. Ich versuche und nicht nur ich, sondern meine ganze Gemeinschaft, gerade in Tabgha und auch in Jerusalem als Pilgerort, ja, sind da für die Menschen. Dafür wünschen wir Ihnen Gottes Segen. Danke fürs Kommen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Das war Weitblick. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.